Musik 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 Ja, jetzt haben wir gleich noch fünf Sekunden. Dann möchte ich den Start beigeben. Auf die Plätze. Fertig. Los! Fertig, etwas nach links rüber. Arno, gib Gas! Ja, das ist ja letztendlich. Die Zeit wird aber immer gemessen, für Rund und Verkippen, gleich dort und für Zeit. Sie, ihr schroten Väter, die hat mit kleinen Kindern fahren. Nein, jetzt ist die Zeit gemessen. Entschuldigung. Das haben wir auch nicht gesehen von der Lebenshilfe. Das freut uns ganz besonders, dass sie auch hier mitmachen. Das wird auch nicht gesehen. Das ist jetzt, wenn sie rauskommen. Das ist jetzt ja letztendlich. Ich bin snatchend, ich bin echt hart. Der ist jetzt nicht so gut, ich bin echt ausdi ok. Dr. They gathering komplett, die sind online. Ich bin jetzt frei. Da ist es hoch! Nein, 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 wir fahren weiter. Wir müssen einen Komponenten bei der Atelierklasse starten, wobei das nicht nur auf 2 und nicht auch auf 3. Ganz schnell, viel an der Klasse, 12, 13 Jahre alt. Der kommt von der Fanny, der ist so geworden. Sie werden willkommen. Damit ist das Rennenwind. Wie soll ich das Ziel gefahren werden? Das Rennen. Wir sind in der Nähe von Silaneiro. Der Grund für den Freizeitag ist hier an den Übergang, wo die Insel ist. Die Frau Pigla, bitte zur Silaneiro. So, da haben wir die Winschiezer. So, und das Rennen ist, äh, öffnet der Handbiker, dretroller Einwaltfahrer. Ein komplett buntes Bild von Fahrzeugen mit zwei Rädern, mit drei Rädern, ein paar vier Rädern. Kann der, das sehen wir hier, wir sehen den Handbiker, wir sehen die Einwaltfahrer jetzt schon. Von dieses Rennen geht bis 11.20. Entschuldigung, 5.20. 11.20 haben wir ja schon. Wir haben eine Stunde gerade an uns vorbeigefahren. Gleich, wenn sich das Feld etwas gesortiert haben, dann können wir auch eher noch darauf eingehen. Wir haben sie sogar in die Stadt angezogen. Was sind wir denn hier? Sehr schnell. Jetzt wissen wir, jetzt kennen wir die 200 und 200 ein, aber es gibt hier natürlich auch noch schlimmer. Die erste Runde in vier Minuten rein. Da darf man halt weg. 15.00, 17.00, 19.00 und macht den Plus. Bei den Herren kann das etwas weniger. Vor den Essensständen, also, wer jetzt gerade ein bisschen Muße hat, der kann sich dort langsam hinbegeben, gleich geht. Das ist das, das wir jetzt haben. Das kann man halt nicht überlassen. Da weiß ich nicht immer, wenn da eine Frau funktioniert. Und da ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das Halt. Da ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. So, das Rennen ist gestartet, bitte Vorsicht, die Jungs haben den ganzen Speed auf, jetzt geht es ganz schön zur Brache, also bitte Vorsicht. Ja, das, was ich gerade sagte, wir werden Geschwindigkeiten gefahren von 40, 50 Stundenkilometer, teilweise mit den Liegerrädern. So, die ersten sind auf ihren ganz schnellen Rädern schon durch, die haben also ihre erste Runde schon beendet. Ja, jetzt kommt auch die Präzierungen, und zwar die Liegeräder. Ja, jetzt kommt auch die Präzierungen, und zwar die Liegeräder. Das sind die Präzierungen, und zwar die Angelegenheiten, und zwar die Präzierungen, die ich ja auch nicht so, sondern sie hier in der Kontakte eingebaut hat. Ja, da geht ihr noch, die Sporte zu, die Per�on? Ja, das ist ja schon. Ja, nein, nein. Ja, nein, nein. Das ist ja schon. Wir haben hier noch unten rein, hier. Musik Hey, hey! Und, auf geht's! Ich hab das Gefühl, dass wir ihn auch immer mehr haben. So, der Polizeifahrer ist wieder zurück, das heißt, die Sportler kommen, da sind sie schon. Erste Runde beendet. So, das ist jetzt 1-0, fünf Minuten, jetzt haben wir schon die Männer. Also, die haben schon quasi zu den Frauen aufgeschlossen. So, da kommen die ersten Daten wieder. 1, 2, 3, 4, vierter Platz. Bleiben schön zusammen. Jetzt rauscht es nur noch hier so durch. Die haben natürlich auch für die Freierrunden neun Minuten stehen. Hey Alex! Hey! Hey! Das sind wahrscheinlich alle... ... 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